Ach ja, hey YouTube, mein Chat hat mich auch darauf hingewiesen. Lasst doch jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Weil dann seid ihr beim nächsten Mal besser im Bett. Seid ihr jetzt schon gut, ich weiß. Aber dann sogar noch besser. Habt ihr Bock auf eine Folge Reale Irrsinn? Ich hab Bock. Ich hab sehr Bock. Folge heißt Reale Irrsinn. Dortmunderin darf nicht nach Aurich ziehen. Hm, okay. Bin gespannt. Wer ins schöne Ostfriesland ziehen will, hat im Moment ein Problem. Wie Frau Kropp aus Dortmund. Sie hat das Haus in Leedsdorf zwar gekauft, um ihr als Rentnerin zu leben, doch so richtig willkommen fühlte sie sich beim Anmelden ihres neuen Wohnsitzes irgendwie nicht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das eine ganz normale Situation ist. Ich hab gesagt, ich möchte mich ummelden. Wie kann ich das jetzt in der Corona-Krise tun? Und dann sagte man mir, das geht jetzt gar nicht mehr. Nee, der Landrat. Also ich bin ja auch während Corona umgezogen. Und das hier war jetzt nicht so das Problem. Frau Kropp in Aurich hat nämlich eine spezielle Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Das heißt für die Zweitwohnungsbesitzer, dass sie nach Hause fahren müssen und ihren Erstwohnsitz aufsuchen müssen. Okay. Und weil Frau Kropp ihren Erstwohnsitz in Leedsdorf nicht anmelden konnte, heißt es, husch husch, zurück nach Dortmund. Der Kreis Aurich will in Corona-Zeiten keine Neubürger, die die gute Ostfriesenluft wegatmen. Da hilft doch kein Jammern. Vor allem fucking aus Friesland. Wie viele Menschen wohnen da? 17? Wissen Sie eigentlich, in welche Situation Sie mich bringen? Mein Haus in Dortmund ist geräumt. Und ich kann da nicht hin zurück. Das kann ja jeder sagen. Der Kreis Aurich will klare Beweise, dass Frau Kropp keinen zweiten Wohnsitz mehr hat. Ich habe versucht, Zeugen, Menschen beizubringen, die bestätigen können, dass ich nicht vor Corona im Ruhrgebiet geflohen bin, sondern langfristig vorhatte, dauerhaft hier hinzuziehen. Aber das reichte alles nicht. Und dann hatte ein Landkreismitarbeiter eine tolle Idee. Jetzt bin ich gespannt auf die Idee. Schied doch einfach das Haus von Dortmund nach Aurich. Er hatte dann gesagt, ich solle Fotos von dem leeren Haus in Dortmund beibringen. Also fährt die Rentnerin von Leedsdorf ins 300 Kilometer entfernt liegende Dortmund. Aber hat die nicht Bekannte, die die Fotos machen könnten, aber auch per WhatsApp senden können? Ich habe die Fotos von dem leergezogenen Haus gemacht. Das hier, das hier und das hier. Und dann ist sie die 300 Kilometer wieder zurück. Wie dumm. Nach Ostfriesland gefahren und hat die Beweisfotos an den Kreis Aurich geschickt. Hier hat man noch ein bisschen überlebt und dann mitgeteilt, dass man das akzeptieren würde und mir glauben würde, dass ich hier wirklich dauerhaft leben wollte und ich dürfte hier bleiben. Hä, wie stupid, Alter. Ich hätte denen gesagt, nee, Wichser, ich ziehe jetzt hier hin, Alter. Ich fahre doch nicht nach Dortmund für diesen Schabernack hier. Eieieiei, wildes Video, Alter. Lass mal direkt das nächste gucken. Realer Irrsinn, Erdinger Tunnelbau. Tunnelbau ist immer wild. Tunnelbau hört sich immer gut an. Tunnelbau hört sich gut an. Im bayerischen Städtchen Erding gibt es nicht nur das alte Rathaus, sondern auch dieses Verwaltungsgebäude gegenüber. Ein weitreichendes Problem. Denn wie sollen die Beamten bloß hin und her kommen? Das bewegt auch die Bürger. Äh, wait, 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 was? Verwaltungsgebäude gegenüber. Ein weit... Okay, diesen gegenüber. Man muss über eine Straße gehen, okay? I understand. ...heitreichendes Problem. Denn wie sollen die Beamten bloß hin und her kommen? Das bewegt auch die Bürger. Günstigste Lösung ist, von dieser Tür raus und in diese Tür rein. Was? Wie abwegig. Das Rathaus befindet sich schließlich hier. Und der Erweiterungsbau dort. Und um von einem Haus ins andere zu gelangen, muss man über diese Straße gehen. Ein No-Go. Da vorne ist ein C-Ball-Streifen, der funktioniert ganz gut. Das ist einer der bestfunktionierendsten in Erding. Zum Glück hat sich die Stadtverwaltung eine sehr viel naheliegendere Lösung ausgedacht. Ein Tunnel unter der Straße, ja, safe. Genau, einen Tunnel. 28,3 Meter lang und 1,1 Millionen Euro teuer. Das ist so dumm. Ey, das ist so dumm, Alter. Bürgermeister Maximilian Gotts ist zutiefst überzeugt von der städtischen Arbeit aus dem Untergrund. Zitat Für eine effiziente und gute Erledigung der vielen Vorgänge ist ein Tunnel für die Verwaltungsabläufe notwendig. Das war mein Kommentar dazu. Ja, denn... Es ist so dumm. Es ist so dumm, vor allem. Ah, wie dumm wollen sie sein und wie viel Geld wollen sie verschwenden? Ja. Nach Schätzungen des Bürgermeisters queren die Beamten angeblich bis zu 350 Mal täglich die Straße. Ich glaube auch. Das wäre bei 8 Arbeitsstunden ein Beamter pro Minute. Okay, also jetzt gerade mal keiner. Aber so ein Tunnel hat ja noch einen viel tieferen Sinn, findet Rechtsdirektor Andreas Erhardt. Der Begegnungsverkehr mit Akten oder ähnlichem Oberirdisch birgt immer die Gefahr des Verlustes einzelner Daten. Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen verheerend. Bro, dann schick eine E-Mail, wenn du nicht es schaffst, eine fucking Akte von A nach B zu tragen. So ein ungeschützter Datenverkehr ist schließlich extrem anfällig für tückischen Seitenwind. Da ist ein Tunnel eben die einzige Lösung. Das sind jetzt 30 Meter, da läuft man halt rüber und herüber, wenn es wirklich sein muss. Oder ich habe eben eine Abteilung komplett da und eine Abteilung komplett da. So sollte es ja auch sein. Es ist ja überhaupt kein Argument. Aber nur, wenn man es oberflächlich betrachtet. Der Erdinger Stadtrat hat das Projekt jedenfalls fest im Tunnelblick. Oh, wow. Hier hat man noch Visionen. Oh, wow, Alter. So ist es ja auch ein Projektiv, über 100 Jahre und länger. Ich bin überzeugt davon, dass der Tag kommen wird, wo jeder sagt, gut, dass wir diese Chance ergriffen haben. Ich glaube auch, Bruder. Ich glaube auch, wo jeder sagen würde, jeder Mensch dieser Welt würde sagen, ich bin stolz, dass Erdingen diesen Tunnel gebaut hat unter dieser Straße. Mann! Das muss man auch mal sagen dürfen hier. Ich will noch eins gucken. Der Solarradweg Erfstadt. Oh, mit Moderation. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Dieser Radweg in Erfstadt ist einzigartig. Im Herbst 2018 wurde hier Geschichte geschrieben, dank tausender Solarpaneele. Erstmals in Deutschland erzeugt damit ein öffentlicher Weg Solarstrom. Gut, bei der Eröffnung des Solarradweges regnet es, aber das muss ja kein schlechtes Omen sein. Die Bundesumweltministerin erkennt das riesige Potenzial in diesem Pilotprojekt. Das ist wirklich sehr innovativ. Das ist ein ganz tolles Projekt und deswegen bin ich heute auch gerne hier. Auch im Regen. Es gibt auch viel Geld vom Umweltministerium. 150.000 Euro für 90 Meter Teststrecke. Hört sich erstmal ja nicht scheiße an, ne? Dieser Belag absorbiert auch ein bisschen den Schall. Wir können ihn erwärmen, um im Winter Schnee abzutauen. Gut, das mit dem Schnee abtauen klappt nicht so wirklich, aber Solarstrom erzeugt er auch eher Solar-la. Was macht er nicht? 12.000 Kilowattstunden im Jahr war das Ziel. Nach einem Vierteljahr sind immerhin schon 95 geschafft. 95 Kilowattstunden? Aber, hä? Da fehlen doch paar Nullen, oder? Wir haben das ja auch als Testanlage konzipiert und jetzt gesehen, dass wir die ersten Schäden haben. Das ist für uns relativ normal. Relativ normal. Bei visionären Projekten gibt es ab und an mal Kinderkrankheiten. Die Probleme am deutschlandweit einzigartigen Solarradweg in Erfstadt, die reißen einfach nicht ab. Jetzt sind mehrere Module durchgeschmort. Die Anlage geht vom Netz. Große Gewinne kann man so nicht machen. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Wir setzen hier ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Ehrlich, aber es ist mir das egal. Wir setzen hier ein Zeichen. Was? Please what? Bro? Ein sehr wichtiges Zeichen, das seines Zeichens nur noch so da liegt. Jetzt hat Erfstadt den Stecker gezogen. Weil der Hersteller den Solarradweg einfach nicht repariert, wird er nun vor der Sonne geschützt. Übermorgen. Die Stadt will, dass er ganz abgebaut wird. Doch wie im Grunde seit Beginn des Projekts nichts passiert. Das Aus für den deutschlandweit ersten Solarradweg in Erfstadt hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Während Hersteller und Stadt vor Gericht streiten, wird der innovative Solarweg für Radfahrer offiziell gesperrt. Aber daneben hat sich ein noch innovativerer Weg gebildet. Ganz ohne Solar. Vor allem, wenn man mit dem Koffer so ankommt, muss ich jetzt durch den Matsch da laufen. Äußer schlecht. Das ist so dumm. Statt der 12.000 Kilowattstunden kamen am Ende nur 148 zusammen. Aber immerhin mehr als nichts. Da kostet die Kilowattstunde mal rechnen. Ja, nur 1.013 Euro. Wie viel kostet die Kilowattstunde momentan? Ich guck mal, ich google mal ganz kurz. Kilowattstunde Preis. Zwischen 17 und 24 Cent normalerweise. Hier, Jungs. Jungs, Mädels. Der Barrikadeur von Oberhaching. Ja, das kommt man uns an. Kirsti und Lukas auf dem Weg ins Café. Bisher ging das super auf diesem offiziellen Fußweg. Jetzt nicht mehr. Das ist aber keine Baustelle, oder? Nee. Ich verstehe es halt irgendwie nicht so ganz. Also, warum jetzt eine Mauer? Na, weil der Herr Müller sie gebaut hat. Er war so gemäßt. Was? Warum? ...nervt von Mitbürgern, die sich nicht zu benehmen wissen, dass er auf die Barrikaden gegangen ist. Die Mauer habe ich selbst errichtet. Das sind zwei Holzsäulen und daran sind die Bretter festgemacht. Aber warum? Weil da Leute durchgelaufen sind? Die Mauer ist abgestützt mit Stützen. Abgestützt mit Stützen. Ja. Ich finde es geil, wie die Leute interviewen, aber auch gleich sie direkt wieder verarschen. Architektonische Meisterwerk lässt seit Dezember hier keinen mehr durch. Das ist reinste Notwehr. Die Öffentlichkeit besitzt zwar ein Gehrecht, der Weg verläuft aber über Herrn Müllers Privatgrund. Und ständig bergeweise Müll. Hier liegt gern Verpackungsmaterial, leere Chipstüten. Tatsächlich massenweise abfallen. Das ist so dumm, ey. Die Hosen zwischen den Ästen. Unglaublich. Hier aufgerissene Verpackungen, wo der Inhalt entfernt wurde und dann leer zurückgelassen wurde. So was. Herr Müller fordert vom Bürgermeister mehr Engagement. Der sagt, der Weg wird zweimal die Woche sauber gemacht. Also ich würde mir das mal schon, dass das der mit einem Abstand intensivst betreute Weg in Oberhaching war. Oh, einfach wieder abreißen lassen kann der Bürgermeister die tolle Barrikade allerdings auch nicht. Die steht ja auf Maximilian Müllers Privatgrundstück. Ah, krass. Aber hä? Warum baut man denn den Weg durch ein Privatgrundstück? Also das Ding ist, ich muss sagen, all in all kann ich den Dude verstehen, wenn er angepisst ist. Nach dem Motto, jo, das ist fucking mein Garten hier und hier wird halt Scheiße hinterlassen. Stadt macht was. Deswegen kann ich ihn verstehen in der Hinsicht. So nach dem Motto, der sagt, jo, ihr habt nichts gemacht. Jetzt baue ich halt hier eine Mauer. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. So hat er jetzt quasi ein Druckmittel und sagt so, ey, Stadt, ihr kommt jetzt verfickte Scheiße. Ich will nicht dreiviermal die Woche und macht hier sauber, sonst kommt die Mauer wieder. So, und die Stadt will natürlich nicht, dass da eine Mauer steht. Klar, obviously. Und deswegen, glaube ich, macht es sogar Sinn, dass das getan hat. Ich glaube, das ist das erste reale Irrsinn-Video, wo ich sage, ey, das macht Sinn, dass es getan hat, weil er jetzt hat ein Druckmittel und die Stadt muss reagieren. Max, tear down this wall. Du weißt genau, dass die Kinder, die Jugendlichen, dass die älteren Herrschaften in der Kürzung ist. Und nicht umsonst gibt es erst Geh- und Fahrtrecht für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Das ist doch hier kein Thema. Wir sprechen doch nicht hier über wirklich groß, wahnsinnige Einschränkungen. Ja. Außer, dass da halt keiner mehr durch kann. Selbst ein Bürgermeister nicht. Wow. So stehen bleiben darf der Zaun aber eh nicht. Na ja, zum öffentlichen Straßengrund ist nach der Ortsgestaltungssatzung nur eine Meter zwanzig erlaubt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Dann mache ich halt ein Stacheldraht hin oder was auch immer. Ich meine, wenn man das haben will, das hier. Ja. Dann mache ich halt ein Stacheldraht drauf. Ah, wild. Wenn ein Gefängniszaun ist, dann kann er das schon haben. Dann mache ich solche Spitzen hin und dann kann das einfallen. Mehr Einsatz kann man für einen irre, sauberen Fußweg wirklich nicht bringen. Digga, mon KS, ey. Wild, wild, wild. Hey YouTube, lasst doch gerne ein Like da und schaut beim Stream vorbei. Vor allem fucking aus Friesland. Wie viele Menschen wohnen da? 17? Ich bewege. Je/.